Ein Volleypop-abgeschorene Zuckerwarte. Oh, okay. Cool. Das hat keinen Park oder so. Ah, schade. Na, aber cool. Nice. Danke. Bitte. Dankeschön. So. Als nächstes. Also alle Pelz einfach in die Bank hier, ne? Dann werden die geheilt. Äh, ja. Atsurobe. Hä? Der wird aber nicht geheilt. Ah, ne. Der ist ja nicht tot. Der ist ja tot. Mensch, ich bin so doof. Ich weiß. So doof. Der ist doch schon so. Ich weiß. Was, wo hab ich das her? Seltene Drachenkugel. Okay, dieses Hangyu, was ich gebrütet hab, hat die Passivfähigkeit. Mehr Muskeln als Verstand. Zeig mal, wie das ausschaut. Ich tausche es mal kurz mit dem Plinfer im Pelzlager. Warte kurz. Die Sachen hinlegen, dass die die mal aufrollen hier. Warte kurz, dass ich unser wertvollstes Item einfach auf den Boden schmeiße und es riskiere. Sehr gut. Ja, äh, wo rennt's rum? Wo ist es? Im, äh, Pelzlager. Ja. Ja. Ach, das Vieh ist das. What the fuck? Ja. Kannst du irgendwas? Death Details. What the fuck? Das sieht ja ultra verstörend aus. Das Vieh kannst du als Gleiter benutzen. Sieht aus wie ein Irrlicht. Das kannst du als Gleiter benutzen. Ja, ich hab, ich hab schon einen Gleiter. Äh, nicht Gleiter. Braust du? Ähm. Was? Alles gut. Bin dämlich. Ich weiß. Ich weiß. Mau. So. Na, jeden Fall. Na, jeden Fall. Okay. Oh, jetzt kann ich einfach alle meine Pelz da rein tun. Ja, kann ich das. Äh, Matze, kommst du mal zu irgendeiner Werkbank? Ja. Ja, aber ich, ich, ich bau jetzt mal eine neue. Die, das nervt mich, wenn die eine immer voll ist. Wir haben die Tiere, Werkbank. Ja, mehr da unter der Treppe zum Beispiel haben wir noch Platz. Oder da, ja, genau. Gut, dass du sagst, wer die schon platziert hab. Ah, ah, fuck, dann brauche ich die Fortgeschrittene. Elastend. Warum liegt hier ein Schlüssel? Hast du eigentlich die Maske auf? Warum liegt hier nicht? Nee, wir sind was gemacht. Ah, ja. What the fuck? Holy bloody hell! Guck, da sind das viele. Was? Okay, also die wurden sehr schnell gerackt. Ähm. Warum haben alle unsere Geals Hunger? Weiß ich nicht. Es war zu dämlich, was zu essen, glaube ich. Die haben einen Schlaganfall, Junge. Guck ihn mal an. Was ist los mit dem? Are you okay? Nein. Was ist mit dem? Haben wir nur ein Feld? Warte, zwei. Haben wir keine Viecher mehr, die... Warte, haben wir einen, der sät, der erntet und der sammelt? Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Sammeln, ja. Ernten, ja. Sänen, ja. Hä? Dann brauchen wir langsam Weizen wahrscheinlich. Oder mehr Felder. Ja, ich baue noch ein Feld, kein Problem. Äh, wenn du was sagst, ich höre dich gerade nicht. Ich muss meinen Kopfhörer neu anstellen. Ist okay. Einstecken, der hat keinen Strom mehr. Nicht genügend Material, Bärensamen. Leck mich doch. Was? Was? Wir haben nicht genug Bärensamen. Wofür? Für ein neues Bären... Hä? Wie hast du es bauen können? Mit den Bärensamen. Okay, passt. Ein wildes Viech. Was? Ja. Wie ist das? Greif das mal an. Machst du. Geh. Vorsichtig darauf zu. Links oben. Hier. Willst du es fangen? Ah? Zu schwach. Zu schwach. Ich fange es nur nachts. Okay. Wir gehen wieder zurück an die Arbeit. Los. Was ist mit dem Typen falsch, Alter? Guck mal, der hat einen Anfall, Junge. Der hat einen Schlaganfall. Schau dir mal an. Das ist mit seinen Augen. Was hat der? Ich schau mal schnell. Sieht schon irgendwie lustig aus, ja. Warum haben wir aus dem zwei Tombets da drin? Wir haben doch nur eins. Ist das zweite ein Totes? Ach, das ist ein wildes gewesen. Wahrscheinlich. Das ist jetzt kaputt. Das ist kaputt, okay. Das ist die Ragdoll von einem kaputten, von einem wilden Ding. Es hängt jetzt am Baum. Ja, ja. Also bei mir hängt es immer noch im Feld fest. Ja. Ah, nice. Also die meisten haben ja diese verwirrten Augen. Das hat schon mal eine andere Textur. Warum sind hier so komische Sachen drin? Seltene Drachenkugel. Kann man doch gar nicht. Hä? Antikes Bauteil. Das kommt zu den Drops. Ja, ja. Ich weiß. Aber die waren bei den Eiern drin. Ja, weil die Perls als einziges dahin kommen. Ah, okay. Ja, ja. So. Was hier? Ich finde es aber schön, dass es keine Stack-Limitierung gibt. Das wäre einfach ein Stack von 1200 Holz haben können. Ja, das ist geil. Wir sind bei dem selben Platz auch weg. Das finde ich mega lustig. Ja. So, fast. Rolle, Holz, Knochen, Stein. Hat das Fiezen erst mit Zack gelernt. Ah, cool. Jetzt bauen. So. Das ist gezündet. Nee, ich glaube nicht. Ich hätte gewonnen hier drin und es gab ein Feuergeräusch. Äh, was wollte ich erhöhen? Gewicht mache ich noch zweimal und danach mache ich in andere Sachen. So, was kann ich denn jetzt hier noch lernen? Kleiner Futterbeutel. Enter-Haken-Pistole kann ich lernen. Warte, du kannst den Futterbeutel auch bauen? Ja, ja, klar. Kann ich da die Brotmaschine auch bauen? Ja. Echt jetzt? Nee, ich muss ihn halt freischalten. Ach so, ich dachte gerade schon, den habe ich ja schon freigeschaltet, den Beutel. Nee, nee, leider nicht. Yo, ich habe im Pokédex scheinbar irgendwas gesehen. Wir können jetzt Viecher verfleischern. Guck mal, im Pokédex Nummer 71 hast du den schon? Warte, warte. Das fände ich gerne, das sieht richtig cool aus, das Vieh. Keiner Futterbeutel, so. Also. Wie geht das nochmal? Tab? Pistole Dex? Ja? Nummer? Nummer 71, sieht ultra cool aus. 71. Hast du das schon? Nö. Da gehst du schon besser als gesehen drin. Nö, habe ich nicht. Nicht mal gesehen. Yo, was ist das? Alter! Hast du Nummer 97? Hä, wann soll ich die gesehen haben? Ja, das habe ich. Alter, das sieht mega krass aus. Ja. Elsevier. Okay. Wann haben wir das denn gesehen? Vielleicht als wir mit nach drüben bei dem anderen Ding waren. Rintail. Aber die Katze von Alice in Wunderland. So, Bau-Menü. Es gibt einen Plague-Doktor als Rahmen. Loll. Hast du dir schon einen kleinen Futterbeutel gebaut? Ja, ja. Schon lang. Benutzt du den auch schon? Ja, weil der mich füttert. Gut. Ich weiß, warum ich schon ewig nicht mehr verhungert bin. Ich habe den genommen gerade und er ist weg. Ich habe 470 Beeren da drin. Ja, der ist im Inventar ausgerüstet schon. Automatisch? Ja. Inventar? Nee, bei mir nicht. Doch. Und ein Slot, da steht Nahrung jetzt bei den Accessoires. Ja. Ah. Da kannst du jetzt Nahrungspot reinpacken. Geil. Also der füttert alle, korrekt? Ja, und dich auch. Geil. Angeblich. Aber nicht dauerhaft, also nur ab und zu mal. Das ist halt der Schlechter den ganzen Tag noch upgraden scheinbar. Mhm. Geil. Und hier Handwerk. Oder so. Äh. B-b-b-b-b-b-b-b-b. Ja, reparieren wollte ich. So. Fancy Sturmgewehr. Eiktür dir Sattel. Ich habe eins davon. Ja, ich hole mir mal das Ding. Ah, den Entsafter können wir mit 14, äh, bauen. Ja. Und mit 15 kann ich auf meinem Vieh fliegen. Nice. Geil. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, wenn wir die Werkbank haben, hätten, dann, äh, könnte ich jetzt schon Metall der Werkzeuge herstellen, statt Stein. Nein. Welche Werkbank ist, brauchst du dafür? Die fortgeschritten, aber die kann ich nicht aufhören, weil ich... Ja, weil ich... Ich kann die bauen. Ja, mir fehlt ein Punkt. Bau die mal. Wohin? Hier hin, ich bau die wieder ab. Oh ne, warte mal, bau die mal hier hin. Ja, wie schnell es geht. Zack, zack, zack. Geil. Geil. So, was brauchen wir noch? Ich habe noch mittelalterlicher Pharmaziewerkbank. Ja, mach mal. Mal ganz kurz gucken. V. Genau, die muss ich nämlich auch noch bauen. Wo soll ich den hinbauen? Unter die Treppe? Äh, ne, Pharmazie kannst du hier neben das, äh, Lagerfeuer machen. Lagerfeuer daneben. Wir haben gerade ein Raid von Ghetto-Echsen. Ja, unsere Viecher machen das schon. Ich habe eine Metallachs für dich gebaut, dann dazu. Eine Metallachs? Danke. Ja. Äh, ne, da kannst du welche fangen. Da sind neue Pokémon dabei, diese Echsen-Dinger. Fangen wir mal da jetzt für den Decks. Die auf dem Dach? Binden die? Das ist hier draußen. Da ist eins. Das heißt nicht nach oben, das heißt nur in die Richtung. Aber eins. Das hat mich auch in Anführung verwirrt. Ich auch. Juhu. Ich kann die Pell-Box verbessern jetzt wieder. Lagerverbesserung. Bäm. Wir sind schon auf Level 9. Nicht schlecht. So. Was kommen wir da jetzt für ein Viech dafür rein? Kommst du mal her, Matze. Oh, ich habe hier ein Viech. Das ist wild und fleißig. Aber es kann nichts. Schmeiß mal deine Axt und deine Spitzhacke weg. Also ganz weg in die Tonne. Wie kann ich die? Wo ist eine Tonne? Neben dem Abwerfen. Okay. So. Also Axt und Spitzhacke. Alles. Ganz wegschmeißen. Ja. Sorgen. Die Spitzhacke braucht noch ein bisschen, aber die Axt kannst du schon haben. Nice. Thank you. So, Lagerverbesserung. Baue Kühlbox oder Pels Fernwerkbank. Okay. Was? Fernwerkbank. Schauen wir mal. Weißt du, wir können von unterwegs aus den Viechern was anschaffen, oder was? Ja, schauen wir mal. Das ist ja ein Preis. Aber die ist erst Kühlbox hier und ja, erst mal Level 14 können wir die bauen. So, ich schaue jetzt mal ganz kurz. Weg ist von den Viechern, Baller ist jetzt da rein. Ah, stämmiger Wuchs. Also wenn du irgendwas in Masse herstellen willst, ich baue draußen nochmal so eine Werkbank neben den Futtertrog. Da kannst du die Viecher dann irgendwas bauen lassen. Ja, so Pels Fern zum Beispiel. Ja. Wir haben kein Paldium. Wir brauchen immer noch mehr Steine. Das mit dem Stein funktioniert irgendwie einfach nicht so. Wir haben 615 Steine, äh 207 Steine. Das ist fast nix, da können wir 30 Bälle mitbauen. Hier. Gerade. Ähm, soll ich noch eine, soll ich noch einen Steinbruch bauen? Ich kann ihn hier daneben bauen. Guck mal, wenn wir einfach besser sortieren, wir haben viel zu viel Fokus auf dem Fressen, wir brauchen mehr Steinfiecher. Hm. Guck mal, das, dieses komische, ja, du, das, das, das Capri, dieses kompletter Waste, das kann ja gar nichts, das kann nur selben. Ja, warte, dann tu ich's weg. Hau weg. Und schmeißt irgendwen, der Bergbau kann. Aber der primär Bergbau kann. Äh, ich hab noch so ein Bett, Tom-Bett hab ich noch. Ja, okay. Mach den. Warte. Aber warte, ich nimm den auch und sag ihm speziell, er soll das machen. Wie soll ich das machen? Du hebst ihn mit V auf und wirfst ihn dann auf die, wortwörtlich auf die Ding hier. Ah, das macht er schon. Er ist direkt hingestappt. Ja, aber das ist Zufall, du musst dir nicht, weil so macht er das bewusst, dann sagst du ihm, dass das...